So, Jungs, wir müssen in die Hauptstadt hier fahren, von diesem Kaff und uns mit dem zuständigen Polizeichef in Verbindung setzen, dass wir so alle neuesten Aktivitäten über Aufstände und so ein Zeug bekommen. Wir müssen allerdings darauf achten, wir werden wahrscheinlich, oder es ist mit Gegenwehr zu rechnen, sagen wir es mal so, um freundlich zu sein. Ich traue der ganze Sache überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich frage, dass die uns nicht mal begrüßen. Wir schauen uns auch nur so bescheuert an. Ja, normalerweise begrüßen sie uns ja noch. Ich frage, wo sind die ganzen Kinder, die hier normalerweise sind? Ah, da vorne ist die Patrouille von gestern. Ach du Scheiße. Ja, eindeutig ein Fahrzeug von uns. Ja, Striker. Jetzt Augen schön offen halten, Jungs. Oh Mann, da liegen doch die Leichen. Da sind sogar zwei, oder? Zwei, ja. Sollen wir die mitnehmen, in Leichensäcke einpacken? Ja, lieber mal. Und ins Fahrzeug einladen? Mach mal lieber. Kannst du mal Tod ausmachen? Warum? Das ist weniger lang. Da entsteht Motor aus. Das dauert er jetzt kurzerweise. Äh, wir haben gar keine Leichensäcke dabei. Na, Scheiße. Loll. Dann nimm mich jetzt die Doktags mit. CK 11 Uhr, siehst du das Auto da was? Ja, wir haben das hingekommen. Linke Straßenseite, der Jeep ist. War ja nicht auch so, dass das ein Decker abgestoßt ist? Ja, ich seh' ihn sogar. Okay. Das waren doch die von gestern, oder? Weiß ich nicht. Kann sein. Ja, ich hab die Hündemarken dabei. Gut. So weit, du, leider war nicht. Da können wir mich nicht so, oder? Auf dem Rückweg vielleicht. Auf dem Rückweg. Oder wir werden später Meldung machen, wo sich dieses... Da ist so. Diese Stelle befindet. Ich hab mir gedacht, hier haben die alle geboren. Oder waren das irgendwie andere, wo wir ihn nicht mehr bekommen haben? Keine Ahnung. Und dann sammeln Fäben überhaupt nicht. Vor allem, dass wir hier zu viel Zeit verschwinden. Oh mein, Jungs, das ist ne echt hässliche Sache, die ich egal bekomme. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Ja. Motor aus am besten. Sei vorsichtig, geil. Also wenn die so ein Browning anschaut, hätte ich Angst. Was ist denn das jetzt hier? Ich kann es gar nicht zumachen. Die Sache gefällt mir überhaupt nicht. Ich muss auch mal nach hinten schauen. Wir müssen drumherum fahren, glaube ich. Warte mal, ich probier's mal. Was haben die uns denn für eine Route gegeben? Gefälliger geht's ja gar nicht. Wo jetzt? Geradeaus. Das gefällt mir gar nicht. Ja, aber echt nicht. Ich weiß, dass ich mag, dass ich hier ist keine. Da war echt nicht mehr. Hier, abgehend. ID, ID. Oh, verdammt. Ich hab's gerade gemerkt. Die Scheiße. Egal, die letzten Medikommen laufen. Wir müssen wieder zurück, du lustige. Ganz hoch gelaufen. Alle noch heilen? Ja. Ja. Aber ich hab's gerade eben gesehen, das war... Wollte ich eigentlich anhören. Ja, ich hab... Ich hab dich auch gesehen, sie ist nicht mehr gesehen. Hier ist dein Rucksack. Ah, F***. Alter, ich komme jetzt zurück. Wir müssen nur laufen. Nein. Da vorne ist die Polizeistation. Hier, hier sind zu wenig Leute. Ja, ja. Hier ist auch übelst viel Müll rum. Aber wirklich kurz davor explodiert das Ding halt. Hm. Na, wenigstens wie noch heilt, das war zum Glück keine große. Ja. Es wird ein Spaß zurücklaufen. Jeho. Mal schauen, wie viele Augen jetzt auf uns gerichtet sind. Hm. Vielleicht können wir das Zivio-Auto nehmen. Da vorne. Ja, fragen wir nach, ob wir es kriegen. Hat ihr gerade auch den Schuss gehört? Nein. Nein. Es hat sich so angehört. Vielleicht war es nur Einbildung. Da war nur Einbildung. Hier ist niemand. Eigentlich schon. Hier ist alles ausgeflogen. Ähm, was geht hier ab? Das gefällt mir überhaupt nicht. Da, most wanted. Hallo, ist hier jemand? Wisst ihr, wer das ist? Nein. Ähm, das gefällt mir überhaupt nicht. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Hier ist niemand. Das ist wie eine Geisterstadt. Wo war jetzt das Zivilfahrzeug? Oder am vorne. Ich gehe mal hier auf dem Turnhof. Am Schatten. Am Schatten. Hier ist nichts. Weit und bei ist hier niemand. Dann laufen wir mal nach links. Dann laufen wir mal nach links. Dann laufen wir mal nach links. Wie gut es wir haben in unserem Land. Oh ja. Da z.B. Es ist ja schon hoffene Häuser. da hängende stromkabel in dem jahr hier in dem land gibt es auch schon seit 20 jahren krieg oder so wo sind die ganzen leute die vorgestern noch hier waren ich habe keine ahnung man für die alkaide hat jetzt gute arbeit mehr leistet oder ich weiß das nicht ich glaube sind alle weg in die nachbarländer oder so müssen wir zurück sind mal nachfragen dann haben wir müssen ja auch abholen lassen mann personen gesichtet links nicht alle weg die schon ewig hier gelebt haben wie meinst du ja dass die wo schon lange hier leben die gemeiß nicht weg ja durchaus sagen die gewohnt hier sterben oder irgendwie so ja die müllhaufen die fallen mir überhaupt nicht hier ich hoffe die geben uns das zivilauto und dann hoffe ich natürlich wenn wir nicht einsteigen dass es nicht gleich explodiert muss wird davon hin rechts oder geradeaus junge junge der regen der macht bei mir echt mein ganzes system fertig moment ich guck mal wo wir lang müssen ähm nach rechts ja oder glaube ich zumindest ja glauben ist immer gut ach da vorne ist die feuerwehrstation sagen wir mal danach gucken ob da jemand da ist können wir aber ich denke mal so ruhig es in der ganzen stadt hier ist denke ich da ist auch niemand warte mal ganz kurz warte mal ganz kurz ok wir können weitermachen ach der 20 kilometer marsch war dann gut dass wir das jetzt hier machen können ja boah ist das heiß hier ja zum glück haben wir ein paar wolken hier kühlen uns dann noch ein bisschen ab wenn die vor der sonne stehen ja zum glück alles ausgeflogen naja ausgeflogen glaube ich eher weniger geflohen jetzt wird das oder erf entführt ich glaube kaum dass die al-qaida eine ganze stadt empführen kann ja aber ich glaube auch nicht dass polizeichefs einfach fliehen ohne uns bescheid zu sagen wenn wir heute ein treffen vereinbart haben ja stimmt auch wieder und vor allem wir sind ja auch für den schutz auch da die können uns ja auch immer in der base anrufen da kommen hier ein paar leute raus da steckt auf jeden fall die al-qaida dahinter schau mal da ist auch die tür offen und die scheiben sind alle kaputt ja hab ich gerade Schüsse gehört ich hab keine wieso hört ihr immer Schüsse ich glaub mach mich fertig Moment ich schau mal nach wo wir lang müssen geradeaus wissen wir irgendjemand von uns ist verwundert das sind wir alle was heißt denn bei dir bitte geradeaus ja links lang halt bei der bei der ja ok ja ok nice das 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 wie sieht man auf e-mail noch nicht nie was wird hier sicher noch passieren nicht zum Glück konnten wir eine gute Ausbildung kann man vom Glück reden hua hurra äh wir müssen ja auf jeden fall melden wir sind aber aus der funkreichweite ja und ein satellitentelefon hat auch keiner zufällig dabei oder Ne, sowas nehme ich nie mit. Das musst du nach rechts, Jungs. Mein Rucksack geht langsam schwer da. Schiet da vorne wer? 12 Uhr? Ich sehe nicht. Ich sehe da vorne jemand. Sieht aus als hätte eine Waffe. Der ist gerade über die Strasse gegangen. Also ich habe nichts gesehen. Doch da vorne sind... Leute mit AKs. 12 Uhr. Die sind wir zwischendurch da wieder durchgekommen. Ach, da hinten. Ich sehe jetzt gerade nur die Füße wegen dem Boss. Ja, ich sehe nur die Füße gerade. Das gefällt mir. Nein, ich sehe sie. Es sind jetzt drei Mann. Ich kann versuchen mit meinem Gäste zu treffen. Nee, ich würde sagen, wir versuchen sie zu flankieren. Der hat aber noch was größeres dabei als so in AK. Ich sehe den jetzt gerade nicht. Wie weit ist das TK entfernt? Ich schätze einen Kilometer. Oder 500 Meter sowas. Ja, was jetzt? Ein Kilometer? Oder 500 Meter? Weiß ich nicht. Ich schätze. Warte, ich habe einen Rangefinder. 245 Meter. Knapp verschätzt. Ich könnte mit dem Granate Lounge sonst noch hinten gehen. Nee. Ich würde sagen jetzt nach rechts rein, oder? Ja, wenn es da durchgeht, ja. Ich sehe die nicht mehr. Die ist mir auch in die Mauer da irgendwo reingegangen. Oh, hinter dem Mauer. Nein. Ja, Herr, ich gehe mal. Das ist mir auch unter. Oh, was weiß? Das ist mir auch. Das ist mir auch in der Mitte. jetzt wird es heiß die offene fläche gefällt mir nicht hier sieht man nicht so in hohem graus wir können versuchen da oben zum turm rechts zu kommen ich sehe den mann ich sehe die person mit der k an der hand 340 er hat uns gesehen ok wartet feuer einstehen ich sehe nichts mehr ich habe auch nur den busch geschossen kommen mit da sind noch mehr personen mit müssen zum turm ja dann würde ich mal laufen komm ich habe da vorhin gerade noch personen gesehen ich bin jetzt auf dem turm wir sind da jetzt rein oder ich gehe mal da ins haus rein unser schweren beschoss verstanden ich bin jetzt hinter euch im gebäude drin ich bin jetzt in kontakt jetzt ich 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 Der Rauch ist von mir, keine Ahnung. Ich hab einen Headshot kassiert, bin tot. Wir können hier ein Taxi gebrochen, glaube ich. Soll ich mit mir hierher kommen? Ich würde sagen ja, oder? Oder soll er mit dem Fahrzeug kommen? Äh, da kann er selber entscheiden. Darfst du dir aussuchen, wie du kommst? Ich komme im Handy, das kommt stylischer. Ich will was rumrennen. Ey, ich hab 15 FPS, wenns kommt. Ja, das finden wir auch. Nee, allgemein schon die ganze Zeit. Draußen ist irgendwas rumgerannt. Ich geh mal aufs Dach. Ich komme mit. Ah, hier haben wir gute Deckel. Die könnte man auch mit dem Hubschrauber draufladen. Aber nur wenn er wirklich guter Präzisionspilot ist. Siehst du was? Negativ. Da ist vorhin irgendwas hinterher rumgerannt. Du hast nicht vergessen, hier gibt es auch noch viele Zivilisten. Stimmt. Also für sowas ist jetzt schon wieder mein Zielfeld so gut. Da liegt ein Toter. Den hab ich schon gesehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er alleine war. Nein, wir haben ja drei Mann gezählt. Sollen wir mal da runter gehen? Das ist gefährlich. Da kann er noch mit dem Hubschrauber landen. Ich hör ihn. Okay, jetzt ist er eh gleich da. Dann gehen wir runter. Ich sehe da einen Zivilist. Seid ihr noch an, dass er in Position? Positiv. Wow, der Zivilist kommt hier rein. Da kommen ganz viele Leute zu euch rein. Da kommen ganz viele Leute zu euch rein. Komm lieber hier auf den Hof, schnell. Wir holen uns an. Hier sind jetzt übelst viele Zivilisten. Die haben keine Bank. Zieh mal deine Safety Bank uns an. Die sind hier. Aber das bleibt so gut. Da müssen wir das Wögel verholt werden. Ja, werde ich einen Zivilisten. Das ist eine größte Dirmist structures. Das ist es die Ausgabe von den Hofküttlern. Die Ausgabe der Zivilisten. Die Ausgabe des Zivilisten. Die Ausgabe des Zivilisten. Die Ausgabe des Zivilisten. Vorgeschaut Wann wir drin? Ok wir sind drin Das ist kein Beschuss bis hierhin oder? Nnn Ne Gott Was ist das für ne komische Stadt geworden? Schau mal wie viele Autos an die es plötzlich sind Die ganzen Autos an die wir fahren Soll er zurück zur Base fliegen oder? Ja Wow Wurden wir getroffen? Ja Ab Runter 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 Ja ja ich kann nicht Der Roto ist ausgefallen Wenn möglich Ich prob es Es muss die Geschwindigkeit draus haben Nimm die Nase hoch Scheiße Ah wie kommt Auf Microphone muted We got a blackhawk down We got a blackhawk down Wie kommt das in den V Film hello Toll Ein